Ja, dass das so lange eingeblendet wurde, finde ich ganz toll. Gut, aber hier kann man ja auch noch irgendwas mitmachen. Oh! Na, sexy. Auch interessant. Ja, Jack, du gefällst mir. Deswegen behalte ich den Helm jetzt auch nicht. Ja, nach Anfangsschwierigkeiten geht es ja jetzt doch etwas richtiger weiter. Dankeschön. Total gewollt, wie immer halt, ne? Ja. Ich bin auf der Schraub. Ich bin auf der Schraub. Ich bin auf der Schraub. Und... Ich habe das. Das ist alles so logisch gehalten, dass mir das richtig gefällt. Und hier gibt es, scheint, einen Schatz. Ich bin auf der Schraub. Ne, das wollte ich da ins Sprat nicht. Ne, das ja Danke. Also da braucht man schon manchmal etwas geschickt, damit man das erst checkt. Also ich meine, ich bin jetzt nicht vollkommen dumm. Ich hoffe, das wisst ihr auch. Naja, und wenn ich nicht mehr auch hole. Die Manten. Naja, gut, wenn sie mich wollen, dann... Achso, da fehlt noch ein Spiegel. Spiegel, ein Spiegel an der Wand. Aufnehmen, bitte. Hier muss aber noch irgendwo einer sein. Zum Beispiel in dieser Truhe. Ja. Und jetzt müssen wir das etwas umleiten. Weil das kann ja nicht so richtig, richtig sein. Und das... Nein. Ja, schon eher. Gerade war's doch. Das passt. Wartet. Ja, fast. Eigentlich muss es doch höher sein, oder? Ah, geht doch. Einfach mal im Boden verschwindende Steine. Das ist so logisch, dass ich an Logik denke. Ja, und jetzt geht es in der nächste. Oh, so. Ja. Ja. Oh... Ah. Ah. Oh. Hihihi. Hihihi. Huh? Hmm. Oh, es geht weiter. Ähm, komm mal schön her, weil ich kann dich ja nur mondlich besiegen. Oh, und das ist ein Boss. Naja, klar, das ist auf jeden Fall weg. Naja. Das sieht auf jeden Fall sexy aus. Ja, gut, da nicht. Ähm, ich glaube, ich brauche hier eigentlich ein Fass. Hm. Hä, wieso kann ich den den... Achso, den kann ich nur im Wasser besiegen. Ähm. Jack. Jack. Kämpfst du eigentlich auch? Nö. Hat er überhaupt ein Schwert? Ja, doch hat er. Jack. Jack. Kämpfst du eigentlich auch? Ähm, dieses Spiel regt mich gerade auf. Och nein. Wir müssen erst hier wieder ans Mondlicht. Ja, kommt her, ihr Wichsbolde. Hallo. Haben wir's geschafft? Danke. Okay. Ähm, nein, haben wir nicht. Nein. Dann kommst du halt hier hin. Dann hau ich dich halt hier. Ja, diesmal bleibt er auch weg. Das ist so ein Knochen-Fass. Ja, wenn du... Ja, es klingt irgendwie etwas wie zu lachen. Achso. Weiter geht's gar nicht, oder was? Ey, das gibt's doch nicht. Wieso springen? Ey. Der kann hier ja gar nicht hoch. Achso, ja. Logisch. Och komm. Mh, das nervt doch. Nö, da kommt hier auch nicht hoch. Sorry. Das kriegt mich gerade auf, dass der hier zu dumm zum Scheißen ist. Ne, du bist fast richtig. Ach, diese Scheiß-Steuerung. Vor allem, wieso kommt der jetzt hier nicht hoch? Na, es kommt wahrscheinlich nur die Dame. Und hier ist die Einzige, die kein Schwert hat. Nein, die kommt hier auch nicht hoch. Was ist das für ein Kack-Spiel gerade, hä? So, und damit soll ich jetzt da hochkommen, oder was? Ja, schöne Musik hin oder her. Das ist doch scheiße gerade. Dann machen wir es eben. Anders hier kannst du die Scheiße wieder absetzen. Wo war das jetzt? Ja, hier. Nein. Kann er den Helm auch irgendwie wieder absetzen? Ja, leck mich. Kann er natürlich nicht. Nee, ich wollte jetzt eigentlich schon den, ja. Ach so, ja. Dann versuchen wir das doch mal so. Das nervt. Und zwar nervt es so übelst, dass ich schon wieder kotzen könnte. Kann mir einer sagen, wieso ich hier nicht hochkomme? Kann mir natürlich keiner sagen. Wie auch. Ja. Und jetzt? Ach komm, nicht schon wieder sowas. Nö, geht auch nicht. Und der Wildturner hatte denn als einziger keine richtige Lust, hier mal seinen Arsch hinzubewegen. Ich krieg so einen Kollaps bei dem Spiel hier. Ja, du bist Jack. Ist richtig. Passiert hier dann überhaupt was? Ah, nein. Na doch, er ist mal wieder hier. Aber der ist hier natürlich unbesiegbar. Und jetzt müssen wir das gleiche machen, oder was? Ach, ich schätze mal wieder dem seine Crew da. Das Dumme ist, es gibt kein Mondlicht mehr. Die wachsen die ganze Zeit wieder zusammen. Ach, komm. Ach, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, schau, ihr Arsch. Ja, schau. Unglaublich. Ich glaube, so sehr habe ich das Spiel noch nie aufgeregt. Doch, einmal Tomb Raider. Das gibt es jetzt nicht. Das ist so nervig. Und jetzt. Ach, Leute. Da passiert nichts mehr. Also nach dem Part, 1000 Parts hier habe ich leider kein Interesse mehr an dem Spiel. Was macht der bitte? Es ist so zum Kotzen gerade. Da müssen wir dieses Spiel jetzt in die Tonne kloppen. Mach ich auch gleich, ganz ehrlich. Und was soll ich hier machen? Nein, da fällt es hier nicht runter. Ja, das ist mir noch mal trinken gefallen. Ich frage mich überhaupt, was das ist. Herzlichen Glückwunsch. Und was soll ich jetzt mit diesem schönen Gut-Helm? Keine Ahnung, was das sein soll.